Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der beste Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch Elie, ich bin großartig und ich sehe dein Video auf YouTube. Willi bitte sag was die Leute denken, ich bin ein krasser Noob in dem Game. Bitte, erzähl's den Leuten. Dass du ein Noob bist oder kein Noob bist, was du denkst. Ich sag das selten und ungern, aber du bist richtig gut in dem Spiel. Danke. Ja doch, da wo wir das allererste Mal getoppt haben, hatte ich das Gefühl, wir haben die Lobbys gefickt. Wir haben die Lobbys gebombst. Gruppeneinladung, eine, annehmen. Wir haben noch Willkommen-Lobbys, es könnten geile Lobbys werden. Hä, hab ich alle Waffen? Ich hab auch meine ACR. Hast du die auf Gold? Also, drück mal auf die Aufsitz und dann auf Skins. Hey, warte mal. Meine Waffen sind irgendwie alle gleich? Oder warte mal. Was ist denn das beste Chat? Nee, Stufe 19. Ich glaub, also mir wurde gesagt ACR und MP7. Ich hab auch Gold. Nee, ich hab Bronze für Gold. Hey, ich hab auch ACR. Ich hab Bronze. Du hast Bronze? Hä, das hat man behalten? Aber gibt's Abschlussserien nicht, ne? War ich richtig. Aber soll das noch kommen, Chat? Boah, ich find das grad richtig geil, dass ich grad in dem Game drin bin, ne? Das hat das letzte Mal richtig gebockt. Ich hoffe auf diese eine Karte, diese kleine. Diese Painpool Arena. Okay. Okay. Oh, die Waffe war geil. Okay. Okay. Digga, kann sein, dass jetzt wieder Gaming HD kommt, ne? Okay, Elias, N97 und Jeff Hardy, 24 machen wieder Lärm, oder was? 35 Kills sofort. Ja, okay. Ich bin langsam wieder drin, direkt. Ich merk das. Okay, bin tot. Soll ich vorgepasste? Nein, nein. Angepasste. Ja, aber wir haben noch nichts. Hier, ich spiel links. Ich, meine Ding ist auch... Aber du musst ja deine Waffen leveln, zum Beispiel ACR und so leveln. Weil wenn du irgendwelche Waffen spielst, levelst du irgendwelche Quatschwaffen, weißt du? Mein Controller ist viel zu leicht. Okay, Chat, guck jetzt. Ihr werdet euch wundern. Ja. Obito connected. Seine Einstellungen und dann musst du auf Controller. Kann man keine Dropshots machen? Ne, nur nur Sliden und Ducken. Ach, man kann es nur Sliden und Springen, Bro, die Meta, Bro. Hä? Immer Sliden und Springen ist die Meta. Immer rutschen und springen, rutschen und springen. Mann, mich holt Otto! Okay, warte. Wo ist das Scoreboard? Edi Jello fühlt es natürlich wieder an, ne? Ne, wieder schlecht. 4-4. Ne, kacke. Aimbot. Mad! Digga, Grizzlybler ist der beste Spieler der Welt! Ich schwöre mich auch die ganze Zeit. Mach 50-30, okay. Ich hab Grizzlybler. 50-30. 50-30. Man, die haben alle schon Aufsätze! Ja, Bruder, die haben so Glück, dass ich keine Aufsätze habe. Ja, Mann, 50-30 ist es. Einfach nix getroffen. Hilfe! Edi, vergiss dich nicht zu heilen immer. Du kannst nur heilen. Ich heil mich nicht, stimmt. L1! Was ist denn dieses Schutzschild nochmal? Ja, das Schutzschild ist ja geisteskrank OP. Okay. L1, Granate. Okay, okay, okay. Ja, klau mir den Kill, Eli. Oh mein Gott. Aber mein Elm ist da. Es ist doppelt Waffen-MP jetzt. Die Waffen, ich merke, dass ich gar kein Damage mache. Welche Waffen spielst du denn? Die ATR. Ja, aber die haben alle Aufsätze und so. Wir sind die Muggel ohne alles. Ach, kann man im Spiel Rupunkt auch machen? Ja, ja. Das ist geil. Aber ich habe es gerade gemacht. Ging irgendwie nicht bei mir. Hast du dir die Cluster ausgebildet? Ach, Bruder. Ich brauche auch größeres Magazin, Bruder. Alles fehlt. Es ist wirklich alles fehlt. Rupunkt. Rupunkt ist Reflex. Was? Bin ich blöd? Meint der William Azzerschenken? Nein, nein. Die anderen. Guck mal hier. Wir können richtig viele Punkte holen jetzt. Ich bin drin. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Okay, ich habe Rupunkt. Von behind. Von hinten. Digga, Eli hat einen Kill weniger als ich. Das kann nicht sein. Aber ich sage ehrlich, Kill-Gefühl ist geil. Also, es ist wie in der Plastik. Ja, Kill-Gefühl ist super. Ich brauche größeres Magazin. Es braucht Kill-Sweaks. Unbedingt in dem Game. Könnt ihr erobern, nächste? Die Geräusche sind auch gut. Ja, ja. Dieses Sound, wenn du eigentlich killst, ist immer richtig geil. Ich spiele es kostenlos. Ihr könnt mal runterladen, Freunde. Ich spiele es kostenlos. PlayStation 5, Xbox, PC. Überall. Könnt ihr einnehmen? Woher kommt dieses Feuer? Ab, 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 ab. Ab alleine eingenommen. Noch einer, noch einer. Vielleicht nicht, definitiv. Kann er traden? Nee. Ich überleb' gerade, Bruder. Stark. Boah, Digga, ist für'n Rupunkt viel schwieriger zu aimen. Ich aim' auch grad viel langsamer rein. Mit Rupunkt ist nicht so geil. Findest du? Ganz andere Welt für mich. Knet rein. Die halten, die halten. Wir haben fast gewonnen, Jungs. Ja. Haben alle auszuschauen. Nur noch einer, noch einer. Hab' ihn. Nichts. Hinter dir. Oh. Ja, Bruder. Digga, Rupunkt stinkt. Er bewirbt mich für'n Flammenwerfer. Ach, Bruder. Digga, meine Waffen sind zu, die sind zu schlecht? Meine Waffen sind zu schlecht. Ich schwöre, die haben nächste Runde Rasierstil. Ups. Noch nichts verloren. Entschuldigung. Ah, okay. Entschuldigung. Ach, Bruder. Meine Waffen... Erste gute Runde. Erste... Keine schlechte Runde, Chat. Ich hab' Stickdrift. Ich will den Scoreboard sehen. Will den Slide... Ich muss Sliden. Du checkst das nicht, dass Slide bei mir gerade Kreis ist, Bruder. Ich hab' jetzt die ACR. Ich mach' sie auch raus. Hat mich abgefuckt. Was mach' ich beim Mündung und Lauf rein? Mach' einfach das erste Aufklärung. Mach' erst mal das erste, weil... Wir haben ja kaum was. Wir haben kaum was. Wir haben kaum was. Weißt du, was ich unbedingt brauch? Erweitertes Magazin. Schau, schau. Weißt du, wann es das gibt, Edi? Bei 30, Digga. Aber es gab doppel Waffe-MP. Es gab doppelte Waffe. Ich bin jetzt schon Level 3. Ich auch. Ich sage, und das klingt richtig krass, wenn ich richtig drin bin, dann ist der Name Jeff Hardy in jeder Lobby auf jeden Fall gefürchtet. MP7-Klasse ist komplett OP. Aber ich hab' ja noch nicht MP7. So, 40 Kills. Sonst Lacher. Hä, das ist ein geiler Modus zum Kills machen. Hä, was ist das? Okay. Man muss diese Maschine eskortieren. So, warte mal. Ich spiel' jetzt MP für MP7. Ich spiel' auch jetzt MP7. Ich spiel' jetzt noch einmal die ATR, danach geh' ich in den MP, weil ich keine Klasse gemacht habe. Oder warte. Ich kann die jetzt schon machen. Die Runde wird ein bisschen stinkt mit meinen Kills. So, ich jetzt schon. Ey, Digga. Meine Nachbarn sind so am Feiern. Ist das krank. Killswix ist geil. Doch, Kills. Ich hab' mir heute Haptics ein Video angeschaut. Ich schau' immer zu den X-Defined. Ich check' das auch nicht. Da mit einer ATR, bap. Ich will einfach meine Kills machen und dass die in der Lobby sagen, wer ist denn der Schwitzer. Aber das läuft gerade nicht. Ja. Aber das läuft gerade nicht. Na, wieder Schleifdecke. Boah, MP7 geht ja so krank rein. Hä? Digga. Weißt du, was ich gerade abgeaimt hab? Nix. Boah, Digga. Auf Range. Wo sind die? Auf Range komplett loslassen. Ja. Okay, Edi. Ich glaub' es ist nicht vernachbar. Also es ist nicht vermagbar bei mir. Killgefühl ist halt auch wichtig, ne? Die Geräusche sind auch gut. Denkt der, der kann sich von mir verstecken? Die down gehen. Wo sind denn die F***en? Ich weiß auch nicht, Digga. Haben wir eine volle Lobby? Ja. Der Aufklärungsanzug, ja gesagt. Alter, man hört Schritte übertrieben gut. Ja, das Soundsystem ist echt geil. 12 Assists, wieder scheiße, oder? 12 Assists? Multikids, wieder kacke, ne? Multi. Wir werden Emoji senden. Kriegst einen Daumen nach oben. Der wird mich aber auch klar. Wie spielst du mit Headset? Natürlich nicht, Digga. Ach, schade. Wenn ihr spawnt, Jungs. Ach, der Öler mit seinen Scaffs. Sie haben Scaffs und schämen sich nicht. 2024! Und spiel noch mit Scaffs. Wenn ihr spawnt, nehmt immer eure Pistole in die Hand, dann seid ihr am Anfang immer ein bisschen schneller. Ich seh 7,5, Digga. Ich hab sieben Cates, wie so'n, wie so'n Anfänger. Ich bin hier ein Anfänger. Der Topbreaker wieder kacke, ne? Bruder, ich lauf hier grad durch die Map, als würde ich irgendwie die Map zeigen. Schwörst du? Ich mach hier grad, ich mach hier grad ne kleines Let's Play für die Jungs. Die Gegner, guck mal, die Level, gehen das noch auf Level 70, Level 50, Level 60. Die haben schon alles frei. Ja, wir bums die trotzdem nicht. 21,11. Wärts MP7. Ah, hol die MP vor ein Schild. Ja, passt jetzt. Ich glaub ich hab jetzt, also, ich glaub ich hab 20, obwohl. F1, die Believer, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir auch wieder. Bei mir ist auch. Sehr hoch. Aber... Ne, gehalter Schaden, wieder schlecht, ne? 112, ne? Da spricht keiner drüber. 25,19. Ne, zwei bester Frager an der Lobby, wieder schlecht, oder? Oh, ich hab sie. Wichtig. Stark. Bro, die macht so Bock, Digga. Okay, Profil, Herausforderung, jetzt guck ich, was ich grad machen muss. MP7, so, leer, zack, Level 1. Okay. Geil, Eroberung. Der ist okay, der ist okay. Eroberung auf der Map ist geil. Ich geh von rechts. Man braucht ein Magazinerweiterung. Das ist mal ein Mensch. Ach, gibt's? Das ist richtig geil. Ich glaube schon, ja. Das war ein scheiß Rundenbuck. Nee, Jeff Hardy24 ist wieder der Lobby, oder was? Nee. Lobby24. Diese F***er. Digga, wir müssen mehr mit unseren Ult spielen, ne? Die sind so OP. Ja, ja. Ich weiß, ich setze meine gar nicht ein. Ja, wir müssen uns absprechen damit. Und wenn, dann müssen wir sie in Auge platzieren. Bei B oder so. Die spawnen jetzt immer bei... Boah, das ist so geil, jetzt die zu spawntrappen. Geht ihr doch! Es müssen nicht mal OP-Abschussserien sein. So ein, zwei coole vielleicht. Oder die ein bisschen Abwechslung bringen. Oder die für eine besondere Belohnung sind, sind geil. Oder werden geil. Nee, Lobby24. Aber es ist halt so angenehm halt, weil du nicht deinen Arsch quasi verschwitzen musst. Verkaufst, ja. Ja. Anderes Spiel kannst du ja nicht spielen, Bro. Du spawnst hier, spawnst hier, spawnst hier. Spawnst hier. Ehh. Einen Spezi-Bunus würde ich feiern, glaube ich. Oh ne! Oh! Digga, man, brauche Magazinerweiterung. Ohne Magazinerweiterung sofort loslassen. Ich kann nicht mit der Heilung reinpacken bei B? Ja, mach, mach. Ich habe auch Doppel-Heilung. Ich packe direkt hinter dir rein. Warte, ich gehe erstmal rein. Aber nicht alle gleichzeitig. Mach! Einer ist drin hier. Heilung ist drin. Keiner. Nice. Danach kommt meine von hinten. Stark, jung, stark. Meine kommt jetzt rein. Sie dürfen nicht zu weit rein. Hast du den ganzen Turn-Up gedrückt? Ja. Oh, die sind alle auf A, alle auf A. Schwierig. Schwierig. Ich kann nicht helfen. Ich bin One-Shot-Eli. Oh, was? Wo war der? Die sind alle auf A, Jungs. Okay. Digga, ich habe... Jungs, gerade, ich komme nicht rein. Ich bin laut. Ich habe gerade richtig viele Assists, glaube ich, Bruder. B, 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 B. Die nehmen B. Die nehmen B. Der ist mit dem Schild da drin. Keine Chance. Ich habe zwei. Noch einer, noch einer. Der hat einen Schild da drin. Ich f*** ihn doch. Ich habe B wieder eingenommen. Nice. Den hast du? Nee. MP7 Stufe 18, what the fuck? Wie schnell geht das? Die nehmen... Die wollen Sworn wechseln? Lass sie mit, na wohl. Ja. Warte, ich bin hinten drin. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Achso, ja. Es ist ja Doppel-Waffen-EP und wir haben Boostern. Wir haben so Triple-EP. Ich kann gleich Hallung reinwerfen. Hallung drin? Hallung drin? Haben wir gewonnen? Stark. Digga, Matt! Vierer. Ist ja scheiße. Ist ja scheiße. Ist ja scheiße. 25. 24. Ja, 24. Komplett legitim. Besonderes aber. 24. Mit ein paar Aufsätze und dann ist das Ding hier over. Ich denke, ich habe jetzt alles auf die Waffe gekloppt, was es gibt. Es kann sein, dass das gut sein. Ja, ich auch. Alles, was ich drauf habe, habe ich draufgeballert. Aber Herrschaft finde ich richtig geil, ne? Ja, ja. Ja, weil du so die Spawns kontrollieren kannst. Du weißt immer, wo die genau herkommen. Du musst dich suchen. Aber ich finde auch allgemein das Tempo gut. Ja. Das ist schnell. Dass der mich trifft, aber den Bastard neben mir am Leben nicht. Ja, sorry, bin der Bastard. Sorry. Achso, warst du das? Sorry, sorry, bin der Bastard. Ist okay, Mann. Ganz her. Ganz her. Ganz her. Jungs, Eli Jello locked in. 5-1. Was? Okay. Aber seht ihr, Chat, wie geil ist das? Was du teilweise machen kannst? 5-1? Ja, ich habe die gerade so gebumst. Ist es der 97 oder was? Jello locked in. Okay. Ich bin locked out. Aber ich finde es voll geil, dass man so schnell ist. Ich spiele gerade an PC, aber gibt es auch auf Playstation und Xbox. Digger, ich schwöre, ich bin locked in, Eli. Ja, ja. 18 ist eine starke Runde, Eli. Ist eine f***er Runde. Ja, ja. Das wird aber richtig schlecht geplaced. Schade. Aber das ist so krass, dass ich dann den Header abbekomme und dann benutze ich... Warte, Digger, dieser feuert! Wie sind die Waffen? Ah, der P7 ist Geisteskrank. Hier ist einer, ja. Die holen sich an. Ich bin drin. Ich kann nicht alleine. Er ist alleine. Bin drin, bin drin, bin drin. Stark, let's go! Noch einer, noch einer, Willi. Oh mein Gott, er ist 1 HP. No cap. Die haben B. Die dürfen nicht B. Ich mache 200 Dings Leben. Auf B? Ne. Granate. Wir brauchen B. Wir brauchen B. Wir brauchen B. Hab B. Ich nehme A ein. Ich nehme A ein. B. B ist drin. Okay, wir haben alles hier. Okay, Jungs, wir haben das. Stark, Jungs. Let's go! Nicht die 37 Kills! Ne, scheiße, ne? Boah, was ein Comeback. Boah! Das war eine richtige F***er Lobby von dir, Eli. Na, geht, 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 geht. Ne, ist ja kacke. Aber wie geil war's, dass wir... Ich hatte, Eli, ich hatte 10er Streak, ne? Äh, 10er hattest du? Ja, ja. 10-0. 5er wird Siegessä, ne? Hier sind 35 möglich. Okay. Das ist die geilste Map. Okay, 35 Kills. So. Das sind wir jetzt. Und die 10 dann immer so. Oh, mein Aim! Hinter mir. Ah, wie geil, der Chit nur da hinten drin. Okay, warte ab, ich komme und dann wird's weh tut. Digga. Wow, er snipe mich. Dieses Schild, dieses Schild ist wirklich Hardcore abfuckt. Ah, schieße ich eigentlich auf so die Hüfte. Was soll ich noch machen? Sag mal. Ey, die ist ein Sniper-Typ. Ich werde so weggemacht von denen. Was? Die sind doch richtig kacke. Spüren wir gleich Nobby's? Ich glaube, die haben uns gerade. Digga, ich kann mich nicht bewegen, hallo! Hä? Die haben uns gerade gut im Enge. Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich wurde einfach so geschockt. Ich bin noch B drauf, ich nehme einen. Ja, mach mal. Sehr geil. Ey, Jungs, ich hatte so einen Flow, ich mache keine Kills mehr. Ich auch nicht. Wir brauchen B. Es klingt blöd. Aber wir haben gleich gewonnen. Wenn wir jetzt B nehmen, haben wir gleich gewonnen. Ich habe Haltung gleich, Willi, warte. Nein. Ist das krank. Knappe Niederlage. Ist das krank. Hä, wie schnell haben die gerade Punkte gemacht? Ah, shit. 35 Kills. 34. Was war die Werte? Aber guck dir mal die F*** an mit 7 Kills. Also was hat er denn die Runde gemacht? Ja, Chat, ein Kill. Was soll ich machen? Nein. Ach, Digga, er snipet und er snipet schon 3 Stunden vorher. Digga. Er ist so peinlich. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe so einen generellen einfach abfucking Sniper. Ich hatte einfach sauer. Ja, ich probiere cool zu bleiben. Was? Da muss ich mich gleich angucken. Gab es irgendwie einen Mengenrabatt auf Madeira oder so? Junge, was will dieser F*** Sniper von mir? Er hat mich schon dreimal gekillt. Lass mal quitten, ganz ehrlich. Ein taktischer Quitt, sagst du? Ja, ein taktischer Quitt. Ein taktischer Quitt, okay. Willst du auch fein damit? Kannst du das rausnehmen? Jungs, EdiGello macht sich jetzt hier noch bei Daniel ein bisschen gemütlich. Okay.